Endlich ist es wieder soweit. Die Zeit, wo sich Mai anfühlt wie Dezember. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, das wir jede Menge für LEGO Star Wars ausgeben werden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wie üblich verspätet. Seit ein, zwei Tagen sind da draußen echt wilde Leaks rausgekommen, welche die Sets aus Mai betreffen und auch die GWPs. Stichwort GWP, das ist das erste, was ich euch jetzt zeigen werde, dieser Schlüsselanhänger hier. Ich bin der Meinung, dass LEGO sich Schlüsselanhänger wirklich klemmen kann, weil dieses Logo habe ich jetzt mehr als genug an den Boxen gesehen. Und ganz ehrlich, ich werde mir so ein Ding nicht an den Schlüssel machen. Die Aufmachung der Box und so weiter ist zwar ganz nett, diese Keychain an sich ist jetzt aber nicht so hochwertig in der Verarbeitung selber. Es ist wahrscheinlich nur so ein Gummiteil mit einer kleinen Metallkette dran. Ja, das war es. Es ist ein nettes GWP, aber ich hätte es jetzt wirklich nicht gebraucht. Was hingegen schon wieder ein bisschen sinnvoller ist, ist hier dieses nette Notizbuch. Wie sollte das auch anders sein im Stil der 25 Jahre LEGO Star Wars? So wie ich das verstanden habe, wird dieses Buch an Händler weitergegeben und die können es uns dann weiterverkaufen. So ganz bin ich mir mit dem Konzept über diese Bücher auch noch nicht im Klaren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was es damit auf sich hat. Als drittes im Bunde hätten wir hier das Polybag mit dem TIE Interceptor. Allzu sehr hebt er sich jetzt von anderen kleinen TIE Interceptor Builds nicht ab, die wir in der Vergangenheit schon bekommen haben. Ich speziell erinnere mich jetzt hier gerade an das TIE Interceptor Mini Build aus der Planetenserie von damals. Das habe ich selber. Und außer, dass sich da was vorne an den Kanonen geändert hat, ja, ist es jetzt nichts wirklich Besonderes. Was hingegen schon wieder sehr besonders ist, ist der große Bruder von diesem Ding. Und wo könnten wir das jetzt besser nachschauen als bei LEGO selber? Denn LEGO selber hat jetzt mittlerweile alle besonderen Sets, die in den letzten zwei Tagen, ja, geleakt worden sind, selber auf ihrer Webseite nachzuschauen. Und daher ist es ja nicht wirklich ein Leak. Ja, auf jeden Fall haben wir hier den UCS TIE Abfangjäger für 229,99 Euro, verfügbar ab dem 4. Mai. Es stand ja schon länger im Raum, dass ein UCS TIE Interceptor als UCS Set kommen wird. Und nun haben wir endlich die Bilder davon und es hat sich offiziell bestätigt. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe auf den Bildern, mein erster Gedanke war einfach, wow, wie gut ist denn dieses Remake bitte? Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, der erste UCS TIE Interceptor war ja komplett blau und schwarz, also eine wilde Farbmischung. Zudem sah der ziemlich eckig aus und hier haben wir wirklich schöne Abrundungen, gerade was das Cockpit angeht. Die Box ist die typische 25 Jahre Box für UCS Sets mittlerweile jetzt. Und die Flügel sehen einfach hammermäßig aus. Das ist vor allem alles mit Stuts und keine Fliesen. Bedeutet, man sieht nicht so schnell irgendwelche Fingerabdrücke da drauf. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber dieser UCS TIE Interceptor verfügt über ein komplettes ausgestaltetes Cockpit. Hier sieht man das nochmal gut, man kann die Klappe aufmachen und dann darin eine Minifigur platzieren. Und bevor ihr euch freut, diese ganzen Details hier im Innenraum, das sind alles Sticker. Denn wie auch immer es einige schon geschafft haben, aber es gibt tatsächlich zu diesem TIE Interceptor schon Reviews da draußen. Hier nochmal eine Sicht von oben drauf, wunderschön, erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Playset. Hier das ganze Modell nochmal von hinten. Hier hätte ich mir gewünscht, dass ein paar rot transparente Steine die Düsen nochmal hervorheben würden. Hier auch nochmal die Rückseite der Box. Und hier sieht man ja unten rechts ein Bild von der Schlacht über Endor. Und wie cool wäre es denn, wenn diese gesamte Box mit der Schlacht über Endor überzogen worden wäre? Im Design her wäre doch definitiv mal was anderes als dieses standardmäßige Schwarz. Ich weiß, viele da draußen mögen dieses schlichte Schwarze. Aber ich persönlich hätte ganz gerne wieder einmal Box Arts, wo man auch richtig was sehen kann im Hintergrund. Eben hier zum Beispiel hätte sich die Schlacht über Endor super angeboten. Bei dem UCS TIE Fighter, welcher jetzt wahrscheinlich auch im Preis steigen wird. Weil man möchte ja auch einen UCS TIE Fighter neben seinen UCS TIE Interceptor haben. Da war es ja so, dass man den Graben auf dem Todesstern 1 im Boxart gesehen hat. Und das war cool. Und meiner Meinung nach auch besser als das hier. Und hier haben wir nochmal einen richtig schönen Shot in das Cockpit hinein. Ich finde das so genial, wie das ausgearbeitet worden ist. Aber das ist eine Stickerpest. Ja, alles was hier rot ist, ist alles dicker. Das ist furchtbar. Der TIE Interceptor Pilot, welcher übrigens dabei sein wird, ist eine exklusive Minifigur mit bedruckten Armen. Also Holler die Waldfee, da freue ich mich schon mega drauf. Als nächstes im Bunde hätten wir das GWP, welches wir ab einem Einkaufswert von 160 Euro dazu bekommen. Und zwar der Trade Federation Droid Carrier. Mit 25 Jahren Brick, ganz wichtig. Und als ich dazu das erste Mal Bilder gesehen habe, bin ich vor Freude ausgeflippt. Und vor Trauer gleich wieder zusammengebrochen, denn das ist nur ein GWP. Wie kann das nur ein GWP sein? Das wäre das perfekte 25-Euro-Set, wo man sich auch eine nette Druiden-Armee mit aufbauen kann. Aber nun gut, sei mal dahingestellt. Ebay wird regeln. Ich kaufe mir das auf Ebay einfach nochmal ein paar Mal nach. Dort wird es in der ersten Zeit recht teuer angeboten. Also wartet da ein bisschen, dann kriegt das günstiger. Naja, aber reden wir erstmal jetzt über dieses Set an sich. Ich finde es cool, dass Lego hier anscheinend probiert hat, den 2007 erschienenen Droid Carrier hier nachzukreieren. Aber eben moderner und viel, viel besser. Da draußen existieren ja auch Druiden-Carrier, die wesentlich länger sind und mit mehr Druiden-Kapazität ausgestattet sind. Meine Wenigkeit besitzt zum Beispiel zwei von denen. Ich erinnere mich da ganz gut an den aus 2012. Richtig schönes Set, aber bei diesem Set hier hat sich Lego anscheinend gedacht, dass wir einfach dieses Set von damals als Neuauflage rausbringen. Und ich finde es nicht schlecht. Ich finde es mega gut. Wir bekommen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Druiden an der Zahl und nochmal zwei Pilotendruiden. Und jetzt haltet euch fest, der Druck auf den Pilotendruiden-Torsos ist neu und noch exklusiv für dieses Set. Ich hätte selber nie für möglich gehalten, dass man bei Pilotendruiden noch mehr Innovation reinstecken kann. Aber ja, man konnte es. Und natürlich besitzt dieses Set auch ein paar Spielfunktionen. Zum Beispiel könnt ihr wie bei dem Original aus 2007 hier diese ganze Schale, wo die Druiden drin gehalten werden, vom eigentlichen Carrier rausnehmen. Das ist mit so einen Schienen geregelt worden. Und auch zu diesem Set gibt es schon Reviews da draußen. Ich frage mich, wie schaffen es diese Leute? Die nehmen uns kleinen Creators echt den Raum weg. Aber egal, das ist ein anderes Thema. In den letzten fünf Jahren hatten wir von Lego Star Wars keine so wirkliche Konstante, was die GWPs angeht. Und auch dieses Jahr bekommen wir keine, ich sag mal in Anführungszeichen, exklusive Minifiguren in einem Polybag. Nein, wir bekommen hier einen Droid-Carrier. Jetzt die Frage, was würde ich mehr bevorzugen? Eine exklusive Figur in einem Set oder eine exklusive Figur so an sich? Laut Lego sind ja Druiden keine Minifiguren. Von daher deklariere ich das jetzt nur mal als Play-Set. In der Zukunft würde ich mir aber schon wünschen, wenn wir wieder Minifiguren exklusiv bekommen würden. Und am besten noch mit einem kleinen Set dazu. Aber mit der Option hier, dass wir diesen Trade Federation Troop-Carrier neu rausbringen, bin ich auch komplett zufrieden für dieses Jahr. Bin gespannt, was es nächstes Jahr gibt. Passend zum Jubiläum von Star Wars Episode 1 bekommen wir auch noch dieses Lego Star Wars Brickhead Set. Im Titel Die dunkle Bedrohung für 15,99. Artikel verfügbar ab 1. Mai. Dieses Set ist vergleichbar mit dem Battle on Endor. Wo man ja auch Luke, Leia, Chewbacca, Han Solo und R2-D2 und C3-PO glaube ich bekommen hat. Und in diesem Fall bekommen wir eben Anakin Skywalker als kleinen Jungen. Pac-Man Amidala als Königin. Jar Jar Binks. Könnt ihr ja nicht anders. Natürlich Jar Jar Binks, warum nicht? Käpt'n Panaka Darth Maul mit Pupillen. Und das schlusslich bildet hier Qui-Gon Jinn. Mein persönlicher Favorit von diesen ganzen Brickheads ist auf jeden Fall Padma Amidala hier in ihrem Königinnen-Outfit. Danach kommt für mich Anakin und danach wiederum Darth Maul. Für die Leute, die Brickheads sammeln, ist das glaube ich ein absolutes Kaufmus. Ich selber bin von den Brickheads überhaupt kein Freund. Bin jedoch die Designs der Figuren richtig cool gemacht. Jedes Mal aufs Neue. Und dass man gleich hier alle zusammen als Bundle bekommt, ist viel besser als jeder Einzelne. Also kann man nichts gegen sagen. Ich glaube für die Leute, die Brickheads mögen, ist das hier ein absolutes Kaufmus. Und als letztes für heute auf der Liste habe ich das Buch mit dem Titel The Force of Creativity für 149,99 mit Verfügbarkeit demnächst. Laut meiner Information kommt dieses Buch nicht im Mai raus, sondern im Juni oder Juli. So genau bin ich mir dabei jetzt nicht sicher. Und ihr fragt euch natürlich, was ist denn jetzt dieses Force of Creativity Buch eigentlich? Ganz einfach, es ist ein Buch, in welchem Designer-Interviews und nochmal ein paar Behind-the-Scene-Bilder aufgereiht sind. Wie man hier im Hintergrund ganz gut erkennen kann, sind zum Beispiel ein paar Seiten über gecancelte Lego Star Wars Sets dabei. Da sehe ich auf jeden Fall den Superkampf-Druiden und den 501. Klon-Truppler auf seinem AT-RT. Warum sie das nicht rausgebracht haben, fragt mich nicht. Es wäre ein richtig gutes Set gewesen. Oder auch nicht umgesetzte Minifiguren. Ich glaube, das soll Sam Wessel hier sein. Was das hier vorne ist, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich finde dieses Buch mega interessant, wenn man hier sehen kann, wie zum Beispiel die Sets hätten aussehen können und was dann tatsächlich released worden ist. Man schaltet sozusagen für 149 Euro ganz viele Geheimnisse hinter den Kulissen von Lego Star Wars frei. Und hier in der Beschreibung steht es ja auch nochmal. Buch zum Sammeln für Erwachsene, Interviews mit mehr als 50 Insidern bei der Lego-Gruppe und bei Lucasfilm sowie Skizzen, Charakterentwürfe und Ähnliches erzählen die Geschichten der Lego Star Wars Marke. Die Zeitkapsel in dem Shuba beinhaltet eine Entwicklungsskizze für eine frühere Printwerbung sowie eine Postkarte mit einer früheren Version der ersten Lego Star Wars Logos. Das hört sich richtig spannend meiner Meinung nach an und ich glaube, das ist auch eines der absoluten Highlights für dieses Jahr. Aber hinter einer 149 Euro teuren Paywall, weiß ich ja nicht. Klar, es werden zu diesem Buch auch Reviews auf YouTube da draußen kommen. Und da könnt ihr das ja dann im Video sehen, was da alles drin ist. Ich denke mal, so in einer Woche könnt ihr schon mit den ersten Reviews davon rechnen. Jut liebe Leute, und dann war es jetzt mit diesem Video. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von allem an interessantesten fandet. Ich selber bin auf die Maiwelle jetzt mega gehypt, gerade mit diesen GWPs. Mein Kopf raucht. Und damit der abkühlen kann, dann sage ich jetzt so. Wir hören uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.